Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ben braucht Rat. So, und weil das jetzt ein ziemlich ausuferndes Palava-Video ohne allzu viele nützliche Informationen werden wird, bitte seht es mir nach. Ich möchte wirklich gerne mit euch ein bisschen diskutieren über Ausrüstungsfragen. Speziell Kocher, aber auch ein bisschen noch anderes, was mir jetzt noch so einfällt. Aber seht es mir bitte nach. Das ist wahrscheinlich für alle, die da jetzt keine Lust drauf haben oder sich da gar nicht auskennen oder denen gerade nicht sehr langweilig ist, wahrscheinlich echt nicht interessant. Also müsst ihr nicht gucken. Ich habe ein paar Hanseles. Es gibt ein paar Leute da draußen, die gucken fast alles, was ich so produziere. Und diese möchte ich jetzt warnen, dass das vielleicht nichts ist, was sie unbedingt sehen müssen, es sei denn, es ist ihnen schrecklich langweilig. Und es wird wahrscheinlich auch lang. Also ich werde mir jetzt nicht Mühe geben, mich in irgendeiner Form kurz zu fassen. Inzwischen habe ich ja bewiesen, ich kann das auch. Ich kann auch komplexe Themen in irgendwie 10 Minuten reinquetschen, ohne dass jetzt furchtbar elementare Dinge fehlen. Geht auch. Ist dann aber halt nicht ganz so aufhörig, wie ich das sonst gerne machen würde. Beziehungsweise manche Themen sind auch einfach zu komplex. Aber jetzt beispielsweise die Gefahr im Waldreihe, da kann man schon viele monothematische Themen irgendwie in 10 Minuten reinpacken. Ich kann das also auch. Also bevor man jetzt wieder jemand unterstellt, ich kann mich gar nicht kurz fassen. Und es gibt teilweise sogar inzwischen Videos, die sind nur 3 Minuten lang oder irgendwas. Weil es irgendwelche waldrechtlich unkomplizierten Bundesländer sind. Nicht unwichtig, unkompliziert. Gut. Das war jetzt also die Warnung. Ihr seid hiermit gewarnt und wenn ihr weiter guckt, dann seid ihr selber schuld und beklagt euch dann bitte hinterher nicht bei mir. Wirklich fangt etwas Sinnvolles an mit eurem Leben. Ich kenne mich schon an, wie der Typ aus dem Club der Toten Dichter. Kennt ihr den Club der Toten Dichter? Toller Film. Beziehungsweise, ich war auch mal im Theater, da war ich noch relativ klein. Hat mich enorm geprägt, hat mich enorm Begeisterung fürs Theater geweckt. Ich gehe seitdem da gerne mal hin. Meine Eltern haben auch übrigens getan, dass ich so Dinge, vor allen Dingen auch Opern toll finde. Habe ich einmal gesagt, funktioniert nicht. Nein, klassische Musik, das wird nie. Nein, nein, das klappt nicht, Eltern. Wart mal ab, bis du älter bist. Ach, scheiße. Also, Diskussionsrunde hiermit eröffnet. Outdoor-Kocher-Frage. Erstmal, natürlich gibt es, das weiß wahrscheinlich sowieso jeder, aber ich spreche es jetzt trotzdem mal aus, Spiritus, Klassiker Drangia, Alternativ, so ein Torx, sowas super modernes Hightech-Ding. Kann übrigens ein bisschen Flugrost und Dreck ansetzen, wie ich inzwischen nach längerem Test herausgekommen habe. Er ist aber nichtsdestotrotz immer noch voll funktionsfähig. Es beunruhigt mich schon ein ganz kleines bisschen, dass es möglich ist, dass der tendenziell ein bisschen Flugrost und Dreck ansetzt und man ihn nicht regelmäßig sauber macht. Wartet mal, das könnt ihr natürlich nicht sehen, auch Belichtungsgründen. Jetzt könnt ihr es erkennen, da sind so Flecken drin. Ich hoffe, man sieht es. Ah, so ein bisschen wird man es gesehen haben. Und ich habe den natürlich nicht wirklich sauber gemacht, weil ich dachte auch, ich muss den nicht groß sauber machen, weil ich kipp da ja nichts anderes rein als Spiritus. Aber ja, habe ich mal jetzt einen ersten Nachteil an dem Teil gefunden. Also, abgesehen von dem öffentlichen sichtlichen Nachteil, dass er zum Beispiel keinen Deckel hat. Das spart natürlich also nochmal Gewicht und vielleicht braucht man auch keinen Deckel. Löschen kann man ihn ja trotzdem, indem man einfach irgendein anderes Metallteil drauflegt. Geht, theoretisch auch ein Holzbrett, dann geht er auch aus, hat er ja einen Sauerstoff mehr. Ja, aber das ist die Bightech-Variante. Und folgendes. Da, wo ich hin möchte, da gibt es diese drei Wanderkarten. Und damit ist es jetzt auch offiziell hier so versteckt, mitten im langweiligen Ausrüstungs-Diskussionsvideo. Hier steht, da könnt ihr lesen, da steht was von Greenland. Also, manche haben es auch schon mitbekommen. Ich habe es in Kommentaren auch schon zugegeben, dass wir nach Grönland wollen auf den Arctic Circle Trail. Das ist so, ja, sicherlich der bekannteste Wanderweg in Grönland er hat. Vor- und Nachteile. Vorteil, man kann am Inland-Eis vorbeikommen und man ist ziemlich lange völlig abseits von allem unterwegs. Da wird es auch noch andere Wanderer geben. Ich habe keine Ahnung, wie überlaufen das Ding inzwischen ist. Überlaufen im Sinne von, ähm, vor zehn Jahren konnte man da wahrscheinlich noch langlatschen und kein Schwein ist da jemals irgendwie entlang gekommen. Und man hat wirklich den ganzen Weg überhaupt niemand gesehen. Vielleicht auch vor zwölf Jahren oder vor vierzehn Jahren. Irgendwie sowas. Inzwischen wird man wohl unterwegs tatsächlich Leuten begegnen. Das dürfte allerdings eine sehr geringe Ausnahme bleiben und wahrscheinlich sieht man die über die gesamte Tour irgendwo mal wieder wieder. Außer man ist extrem langsam oder viel, viel, viel schneller als der Rest der Welt. Das ist natürlich schon so eine Option, aber die Hoffnung, dass man da gar niemanden trifft, die habe ich aufgegeben. Das ändert aber nichts dran, dass man 180 Kilometer in grönländischer Wildnis, auch wenn es Wildnis ist, in der ein gewisser Verkehr anderer Wanderer stattfindet, zurücklegen muss und das vollständig autark. Man hat gar keine Möglichkeit, irgendwo unterwegs noch Nahrungsreserven aufzugreifen. Es gibt Hütten. Es gibt gar nicht so wenig Hütten, wie man vermuten müsste, da wir ja wirklich von Grönland verflucht nochmal reden. Das ist das Land, wenn man es als eigenständiges Land und jetzt mal nicht als Dänemark zugehörig ansehen möchte, dann ist das das Land mit der dringendsten Bevölkerungsdichte. Grönland ist gigantisch groß, auch wenn es auf den meisten Weltkarten zu groß aussieht, aufgrund dessen, dass das nach oben verzerrt, je näher man in den Pol kommt, weil die Sandmasse insgesamt geringer ist und es aber trotzdem einen Großteil des Breitengrades entsprechend ausmacht, weil es halt relativ breit ist, aber geografische Fragestellungen, da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Jedenfalls ist Grönland bei weitem viel, viel, viel größer als Deutschland. Ich kann jetzt gar keine genaue Zahl sagen, was ich aber weiß, dass es 54.000 Einwohner hat. Die nächste größere Stadt bei mir, nennt sich Rastatt, ist aus meiner Sicht schon eine größere Stadt, ist aber verglichen mit irgendwas wie Berlin, und Berlin ist international immer noch klein, ist Rastatt winzig. Berlin ist für mich schon das größte an Stadt, das ich jemals zu besichtigen vorhatte. Mal abgesehen von Rom aus historischen Gründen, aber wahrscheinlich werde ich da in jeder dunklen Gasse verschwinden, um wieder meinen meinen, oh, viele Menschen, Kollaps, entsprechend zu bekämpfen. Ich entwickle, je älter ich werde, immer mehr Panik vor großen Menschenansammlungen, vor Bollwerken der Art Zivilisation, wenn man es so ausdrücken kann. Das gefällt mir immer weniger. Vielleicht liegt es auch mit steigender Waldverbundenheit zusammen, und ich weiß es nicht, aber 53.000 Einwohner ist lächerlich. Das ist nix. Die größte Stadt enthält fast alle Einwohner und die zweitgrößte Stadt ist Sisimuit. Sisimuit. Leider, wenn ich da war, kann ich hoffentlich sagen, wie man das korrekt ausspricht. Das wäre so eins meiner großen Ziele auf der Reise. Das ist die zweitgrößte Stadt Grönlands und die hat, sage und schreibe, 5.000 oder 6.000 Einwohner, irgendwie sowas. Also aus grönländischer Sicht ist das eine Großstadt, aus unserer Sicht mittleres Dorf. Vielleicht, je nachdem, wie man es halt nimmt, aber auf jeden Fall noch ein Dorf. Oder aus historischen Gründen mit Stadtrecht ausgestattet, aber von der Größe her theoretisch immer noch, ne, muss ich euch jetzt nicht nochmal erzählen. Gut, das heißt, da ist halt wunderbar nix. Und das reizt mich ganz außerordentlich. So, und da man für 14 Tage, also wir haben vor, das Ganze in 14 Tagen zu machen, aufgrund noch von Abstecher, aufgrund von Fotopause, aufgrund von Genießen, aufgrund von Kanufahren, wenn wir noch eins finden ohne Löcher, da liegen welche rum, die niemandem gehören. Wir liegen da einfach rum, kann man mit rumfahren, Schwimmwesten sind drin, da gab es mal ein Kanu-Center, das wurde entsprechend aufgelassen inzwischen, interessiert sich keiner mehr für die Kanus abholen, war zu teuer, jetzt liegen sie da, ne, und man kann Kanu fahren, wenn man möchte. Das finde ich großartig. Die Hütten kosten nix, weil kein Mensch da, der die irgendwie bewirtschaftet, finde ich großartig. Infrastruktur, nicht vorhanden. Die berühmten Steinmännchen, die man in Skandinavien gefühlt alle 5 Meter am Wege findet, die gibt es in Grönland auch. Laut Karte, die Karten sind allerdings alt, inzwischen sind es ein paar mehr geworden, in der Karte steht nämlich die Aufforderung drin, bauen sie doch Steinmännchen, wenn sie nix zu tun haben, wir haben wenig genug. Aber trotzdem lobt sich die Karte und Wizard Greenland, die haben diese Karte rausgegeben, loben sich mehr oder weniger schon dafür, dass sie alle 2 Kilometer ein Steinmännchen angelegt haben. Löblich, löblich. Na mal ganz im Ernst, alle 2 Kilometer Steinmännchen ist besser als überhaupt nix. Und als diese Karten gedruckt wurden, war dieser Weg auch an vielen Stellen sicherlich so gut wie nicht sichtbar. Da gab es so eine grobe Route, die bedeutet, geh mal zwischen dem Berg und dem Berg durch und halt dich westlich vom See so und so. Die sind alle benannt, besagte Seen. Allein das überrascht mich schon. Das ist derart ab vom Schuss. Und wir wollen, deswegen 14 Tage, hin und wieder auch mal einen kleinen Abstecher in die unberührteste Wildnis, die man auf unserem Planeten vielleicht noch finden kann. Vielleicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Grönland, der ganz weit oben dabei ist, Anwärter auf Top, Platz 1, Anwärter auf den Titel, unberührteste Ecke, die es so gibt. Und deswegen wollen wir hin und wieder auch mal vom Weg runter. Einfach, weil ich persönlich, und Evelyn hat andere Gründe, denke ich, und an der Tatsache, dass man da mit etwas Glück der Erste ist, der da überhaupt mal hin dackelt, ist natürlich jetzt doch ein bisschen unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist man der Dritte. Das ist ja auch schon gut. Also an sowas hat es ja auch Spaß. Bin ich mir ziemlich sicher. Muss ich es nachher mal fragen. Ja, jetzt haben wir noch kein Wort über Kocher geredet. Da wir aber so, wie gesagt, vorhaben, 14 Tage eben entsprechend für den Weg zu brauchen, das sind 180 Kilometer, das sind 14 Tage wirklich nicht schwer. Das kann jeder. Nur gehen wir ja nicht jeden Tag. Wir wollten es eigentlich in etwa, also meine Überlegung war 9 bis 10 Etappen. Das ist normal. Das wird so in Landeführern, Reiseführern und auch in der Karte selbst, die hat jede Menge Informationen auf Zurückseite, hervorragende Karte, entsprechend beschrieben. Und was normal ist, ist immer ein gutes Tempo für mich, finde ich. Ich habe keinen Anspruch, super sportlich unterwegs zu sein. Ich will aber auch nicht überdurchschnittlich lahm sein. Also war ich schon, und dann hatte ich gute Gründe dafür. Wenn ich aber alleine, beziehungsweise im eingespielten Team mit Evelin unterwegs bin, dann muss das nicht sein. So, und deswegen 10 Tage Zertappen, aber 14 Tage Zeit. Das heißt, wir brauchen auch für 14 Tage entsprechend Proviant. 14 Tage Zeit ist natürlich das Maximum, wenn wir vielleicht eventuell nach 12 Tagen schon zurück sind, dann ist das so. Habe ich eigentlich nicht vor, aber wir sollten zumindest nach 12 Tagen in der Nähe vom Ziel sein, damit wir dann, wenn wir merken, oh, oh, Proviant wird knapp, jetzt müssen wir uns irgendwie sinnvoll einteilen. Das ist eine Option, besteht sich zu retten, wenn die Vorräte knapp werden und trotzdem nochmal schlecht wetter am letzten Tag, wo man keine Vorräte mehr hat, zum Beispiel auftreten sollte, man im Grunde nicht weiter kann. Dann kann man einen Tag hungern und dann doch nochmal weiter. An der Verpassung Rückflug, Scheiße, also alles doof. Das heißt, mit ein bisschen Reserve entsprechend zurückkommen, generell nicht verkehrt. So, da wir zwei jetzt einige Maßnahmen durchgeführt haben und unser Rucksackgewicht drastisch zu reduzieren. Allein die Tatsache, dass ich diesmal nicht mit einem Zweimannzelt alleine unterwegs bin, sondern mit einem Zweimannzelt zu zweit, spart pro Nase circa 1,3 Kilo. Das ist meine Hausnummer. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Hausnummer. Darauf können wir uns einigen. Dann werde ich mir noch einen Daunenschlafsack zulegen und da an dieser Stelle die Frage, hat jemand eine coole Idee für einen Daunenschlafsack? Sollte sowas um ein Kilo wiegen, wenn er etwas wasserabweisende Oberfläche, um nicht zu sagen, stark wasserabweisend, wasserdicht geht nicht. Ist mir klar. Beziehungsweise geht vielleicht schon, aber will ich nicht haben. Beziehungsweise kann ich nicht bezahlen. So was wäre schön. Und Temperatur, Komfort Limit, Komfort Limit wohlgemerkt, darf ruhig das Limit sein, bis minus 7, minus 8. So war irgendwas um den Dreh. Ich habe da einen in Aussicht, den werde ich euch jetzt aber nicht nennen, weil sonst plappert irgendwie noch nach. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Ich hatte auch mal geliebäugelt, vielleicht kennt man die Firma Cumulus, die diverse Daunenschlafsack im Angebot hat, mit hervorragender Daune, wo scheinbar auch aus Recht für den antwortungsvollen Quellen, so wie ich das recherchieren konnte, das wäre mir auch noch wichtig, dass diese Daune in irgendeiner Form Zertifikat hat, dass die nicht vom Lebendrupf und von irgendwelchen schlimmen Dingen stammt, sondern halt aus halbwegs verantwortungsvollen Quellen. Was heißt halbwegs? Es gibt schon komplett verantwortungsvolle Quellen für Daune. Das gibt es definitiv. Also ich bin ja kein Veganer. So gesehen brauche ich da nicht päpflischer als der Papst oder der Veganer. Muss auch wieder ein bisschen die Veganer ärgern. Entsprechend zu sein. Wer jetzt nicht weiß, warum ich die Veganer ärgern muss, der muss mehr von meinen Videos gucken, um den guten alten One-N-Gag und die Erklärung, welche Feindbilder ich hier so habe, nachzuholen. Ja, wie gesagt, Idee zum Schlafsack. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn habt ihr zufällig irgendeinen in der Temperatur, in der Gewichtsklasse und bequem muss der nicht sein. Der muss nicht super komfortabel sein. Der darf ruhig eng sein. Ich bin 1,89 Meter groß. Also irgendwas, was es in den Größen, ja, bis idealerweise 1,90 Meter gäbe, wäre eigentlich top. Da habe ich bisher eigentlich immer reingepasst. Ich muss mich dann schon wirklich, ich darf nur noch eine ganz dünne Mütze aufziehen, sonst reicht es nicht. Und Socken am besten ausziehen. Aber bisher habe ich in sowas eigentlich immer reingepasst, wenn da 1,90 Meter drauf stand. Innenlänge natürlich, nicht Außenlänge, klar. Ja, das ist also das eine, was ich auf jeden Fall noch haben möchte, um das Gewicht zu reduzieren, weil mein anderer, derzeit aktueller, warm genuger Schlafsack ist tatsächlich der Carincia Defense 4. Den hatte ich in Schweden dabei und habe das nicht bereut. War in Ordnung. Ja, der wiegt aber halt 2.050 Gramm. Das kann man schon tragen, da stirbt man nicht dran. Aber da nochmal ein Kilo gleich sparen zu können, mit einem Ausrüstungsgegenstand, gleich ein ganzes Kilo sparen. Und damit haben wir, da wir 1,3 Kilo am Zelt sparen, also ich, weil Evelin die andere Hälfte gedanklich trägt, natürlich kann man das Zelt nicht enthalbieren, aber dann kriegt sie halt 1,5 Kilo Fressen, äh, 1,3, 1,3, ne, wir sollen färbleiben. Fressen und ich nehme das Zelt. Oder umgekehrt, sie nimmt das Zelt, dann nehme ich halt 1,3 Kilo mehr Futter. Irgendwie so. Werden wir schon aufteilen. Theoretisch könnte man ja erwarten, ich bin der Mann, ich trage mehr. Vielleicht kriegen wir das noch umgesetzt, aber so wie ich sie kenne, wird sie da eventuell dagegen sein. Ach ja. Autortaugliches Weibchen haben ist schon, puh, sie hat ja mehr Kilometer zurückgelegt als ich, ne, mit ihrem 3.000 Kilometer von Haustür nach Santiago, die Campostella Lamarche, den sie da mal gemacht hat, hat so ein bisschen Vorspruch. Ganz ehrlich, ja, doch schon, ne, und da war ja noch der eine oder andere, äh, weitere Weg mit durchaus einigen Kilometern dabei, da kann ich nicht mithalten, da kann ich überhaupt nicht mithalten, da kann ich echt nicht behaupten. Also wenn ich, ähm, Trekkingtouren technisch, 1.500 Kilometer zusammenkriege, ja, das kriege ich zusammen. Vielleicht kriege ich auch 2.000 zusammen. Ah, kriege ich auch zusammen. Aber, aber dann ist es langsam, auch, lass es 2.200 sein, aber dann ist ja irgendwann Schluss. Ne, wirklich. Gut, ähm, Schlafsack, haben wir jetzt gesagt, Kocher, um jetzt endlich mal zum Punkt zu kommen, äh, aber ich habe euch geweint, dass es ein ausuferndes Dingens wird, äh, Kocher ist der Punkt, wo ich jetzt noch überlege, ob man da nicht enorm, auch noch wirklich viel, 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 viel Gewicht einsparen könnte, indem man halt, äh, ja, Gas vielleicht nimmt. Bisher, das habt ihr vielleicht mitbekommen, bin ich kein großer Fan von Gaskochern. Äh, der einzige Gaskocher, den ich bisher besitze, ist dieses Ding, ne, mit der berühmten blauen Campinggas, äh, Kartusche, und, das ist ja auch nur so ein, so ein, so ein, so ein Steckventilgedöns, äh, also dieses, kein Schraubventil, was man ja bei den modernen Hochleistungskochern, in Anführungszeichen hat, da hat auch erstaunlich viel Gas drin, ähm, und, 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 natürlich viel zu schwer, total billiges Ding, gab es mal für einen Fünfer im Baumarkt, oder irgendwie sowas, aber wenn ich mir hier im Keller was warm machen möchte, dann nehme ich den, ich habe den auch zwei, dreimal schon im Wald benutzt, ich habe ihn auch, es ist ein Campingkocher, ich habe ihn auch schon zum klassischen Camping, auf dem Campingplatz tatsächlich verwendet, das mache ich unglaublich selten, aber wenn ich das mal mache, also mache ich immer noch häufiger als im Hotel übernachten, äh, aber wenn ich das mal mache, dann hatte ich den auch schon dabei, ne, also wenn man das Auto dabei hat zum Beispiel, äh, vielleicht keine so gute Idee angefangene Gaskartuschen im Auto zu transportieren, weiß ich gar nicht, also im Bus, soll man es nicht, offiziell steht es in den AGB, kontrolliert aber keiner, ähm, ja, kochertechnisch, ne, also Gas hätte wahrscheinlich Potenzial, so, aber, ich erzähle euch jetzt einfach nochmal schnell, ähm, wir hatten überlegt, ob wir das Trangia Kochset nehmen, wichtig, Trangia Sturmkocher Set, das ist der Trangia Sturmkocher, ne, meiner, der ja uralt ist, und nach wie vor problemlos funktioniert, den muss ich euch nicht mehr vorstellen, hatten wir überlegt, ob wir das Kochset davon, also das, den Sturmkocher Set mitnehmen, und nur einen Topf, dann hat man halt, circa 400 Gramm Windschutz, jetzt ein faltbarer Alu Windschutz, der wiegt auch 200, äh, vielleicht hat man auch 500 Gramm Windschutz, wie das komplett, wie sich das zusammensetzt, das Gewicht vom gesamten Trangia Set, weiß ich nicht, ich weiß aber, dass mit einem Topf, man das Gewicht von einem Trangia Sturmkocher Set, auf ungefähr, hafanolisiertes Aluminium, das ist nicht viel schwerer als normales, äh, 800 Gramm runterkriegt, ne, so irgendwas, mit Topf, wohlgemerkt, das ist gar nicht so schlecht, so, und jetzt ist es so, dass das Set, wohlgemerkt, nicht der Brenner alleine, aber das Set einfach einen derart guten Windschutz hat, und eine derart gute Verteilung von Flamme um Topf, weil das ja alles miteinander ineinander passt, ich besitze das Set nicht, Evelyn hat's, und ich bin ja, wie ihr seht, im Keller, äh, deswegen ist es nicht hier, sonst würde ich es euch auch zeigen, da, da kommt schon ordentlich Performance, sage ich jetzt mal, entsprechend bei rum, ähm, äh, aber Spiritus per se, egal wie gut der Kocher ist, den man dazu verwendet, ähm, hat halt nun mal einen miesen Brennwert, das ist unter all den möglichen Brennstoffen, Brennstoffen, die man Outdoors benutzen kann, der schlechteste, auch Espit, ist noch besser, vom Brennwert her, ne, auch wenn das viele Leute nicht einsehen wollen, es ist aber auch der billigste, nicht unbedingt im Ausland, gar nicht, in Norwegen kostet ja ein Schweinegeld, ne, liebe Spiritus, äh, in Schottland im Übrigen auch, äh, gut, in Norwegen kostet alles ein Schweinegeld, das haben sie gemeinsam mit der Schweiz, hihi, keine Schweizer ärgern, ich bin, wobei die Schweizer mit bestimmt nicht mögen, ähm, wenn ich mal eine von ihnen verführe, gegebenenfalls vielleicht, eventuell, äh, ihnen untreu zu werden, lassen wir das, äh, jedenfalls, äh, Spiritus, jein, ist halt cool, ist halt einfach zu kriegen, Spiritus hat als Notoption, ich möchte betonen, als Notoption, ne, wirklich, wenn alle Stricke reißen und man am halben Verzweifeln ist und man unbedingt gewichtlos werden möchte, dann kann man, und das ist mir schon passiert, dass ich wirklich zu viel Brennstoff, so viel Brennstoff dabei hatte, dass das eigentlich ein Problem wurde, äh, nicht in Schweden, also da auch, aber da hatte ich reichlich Möglichkeiten gehabt, irgendwelche Gastgeschenke in Hütten zurückzulassen, ne, da war es kein Problem unterwegs, brennstofflos zu werden, aber Spiritus kann man zur Not, ah, auch in der Umwelt entsorgen, ne, der ist zu ganz großen Anteilen biologisch abbaubar, wenn nicht sogar komplett, ne, ähm, mit ganz schwerem Herzen, dann aber, das, das, das geht unter Umständen, wenn wirklich alle Stricke reißen, das ist einfach nochmal so ein positiver Nebenaspekt bei Alkohol, den ich, bisher, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, aber, wirklich mit, mit argem Bauchweh, ne, das nochmal hinzugefügt, jo, ähm, dann, die nächste Alternative ist natürlich Benzin, da kennt man vielleicht auch schon von mir, hatte ich auch schon ein entsprechendes Video dazu gemacht, das Schöne ist halt, sowohl Spirituskocher in verschiedenen Ausführungen, hier ist auch nochmal der Torx, ne, dieses Hightech-Ding aus Titan, das wirklich nichts wiegt, im Vergleich zum Tranklicher Brenner, überhaupt nichts, ähm, ähm, mit Benzin habe ich dahingehend Erfahrung, dass ich mich damit auskenne, und zweitens habe ich es schon da, müsste ich mir nichts Neues kaufen, will mir nicht unbedingt was Neues kaufen, wenn es nicht unbedingt sein muss, Benzin würde in Grönland absolut funktionieren, hundertprozentig, definitiv, so, blöd nur, in Anführungszeichen, dass das hier selbstverständlich ein Benzinkocher ist, der eigentlich für, theoretisch auch große Töpfe, und irgendwas, was man nicht so richtig Power beheizen muss, auszulegen ist, für kleine Kochvorhaben, und wir werden uns eigentlich wesentlich nur da Wasser heiß machen, allenfalls machen wir es mal ein Kartoffelbrei, oder sowas, ähm, wir wollen nicht wirklich kochen, wir wollen einfach effiziente Nahrung haben, ähm, die Gewichtskalorienverhältnisse, optimal ist, wie irgendwie geht, Geschmack, und kulinarisches Kocherlebnis ist völlig zweitfünftrangig, ne, das kommt ganz hinten in der Liste dessen, was uns an der Marschverpflegung dann wichtig sein wird, wir wollen das Land erleben, gut essen, können wir daheim, ja, das ist immer so die entsprechende Philosophie dahinter, und gut essen, tun wir daheim, ich habe ja das Glück, mir eine tolle Köche in einem gelacht zu haben, oh, 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 nochmal schnell, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ähm, den kann man jetzt, da habe ich dann nachher russige Pfoten, entsprechend diese Beinchen hier so rausklappen, und allein die Tatsache, dass ich jetzt dann russige Pfoten habe, zeigt schon einen potenziellen Nachteil von Benzinkochern, die russen, das heißt, die sind auch, die müssen hier und wieder mal gewartet werden, das wäre jetzt übrigens mal dringend notwendig demnächst, also bevor ich ihn das nächste Mal nehme, äh, oder zumindest von längeren Tour einplane, muss ich den mal dringend wieder sauber machen, dadurch das Benzin rußt, kann der Kocher verrußen, das kann, man muss Werkzeug mitnehmen, man braucht natürlich jetzt bei so einem System nochmal einen externen Windschutz, den würde man jetzt beim Trangia nicht brauchen, weil der Windschutz beim kompletten System ja entsprechend integriert ist, allerdings muss ich sagen, jetzt so ein Stück Alublech als Windschutz, reicht für diesen Kocher vollkommen, funktioniert wunderbar, äh, 80 Gramm, 80 Gramm, vielleicht 80 Gramm, ne, also schon sehr leicht, äh, man braucht eine spezielle Spritflasche, man braucht dann auch eine Pumpe dran, und der ganze Kladderradatsch zusammen, und auch ohne einen Tropfen Benzin, und, äh, Werkzeug, wie gesagt noch, Werkzeug muss noch dazu, ähm, habe ich jetzt gerade irgendwo anders liegen, da kommt man auch auf 500, so, was um den Dreh, 500, weil das ist ja auch eine Druckflasche, Sicherheitsflasche, 500 kommt man sicherlich auch irgendwie so zusammen, ähm, was ist 600 sein, wenn du alles an Merkzeug mitnimmst, was irgendwie notwendig sein könnte, was man eigentlich tun sollte, wenn man völlig autark unterwegs ist, weil wenn einem der Kocher versagt, dann hat man den Salat, äh, ja, dann könnten es auch 600 sein, und da ist jetzt noch kein Topf dabei, allerdings, angenommen, wir nehmen jetzt irgend so einen ganz kleinen Titantopf, oder hier meinen bewährten Kessel, aus Schweden, ähm, über den denke ich noch ernsthaft nach, ob wir den nicht vielleicht wirklich mitnehmen, äh, der wiegt 130, ich glaube 130, 140, irgendwie sowas, okay, ohne Deckel, sagen wir einfach mal, spaßeshalber, der wiegt 200, nur spaßeshalber, und das, damit man es ja realistisch irgendwo einschätzen, dann sind wir also mit, äh, dann sind wir auch bei 800 Gramm, ungefähr, wiegt also genauso wie so ein Trangia-Sturmkocher-System, so jetzt, der Unterschied ist nur der, ähm, Benzin ist viel leistungsfähiger als Spiritus, mit einem Gramm Benzin, kriegt man also, wenn dann, beziehungsweise mit einem Liter Benzin, da kannst du massenweise Liter heißes Wasser machen, mit einem Liter Spiritus, ja, 5, ne, und Spiritus verliert halt nochmal zusätzlich, sehr arg an Leistung, wenn es kalt wird, ist nicht nur so, dass man den dann schwerer anzünden kann, sondern der brennt dann auch schlechter, schlicht und ergreifend, und, äh, da ist es, die Kälte von außen wirkt quasi, gegen die geringe Wärme vom Spiritusbrenner sozusagen entgegen, und der Kopfvorgang kann wirklich bis zu ewig dauern, äh, solange es nicht kalt ist, ist ein Trankjahr ein wunderbares Gerät, funktioniert auch im Winter, kann man machen, muss man aber halt wirklich genug Spiritus dabei haben, und wir haben ja gesagt, 14 Tage, ich würde jetzt auch noch sagen, gut, kann man auch noch drüber nachdenken, wenn man wirklich nur heißes Wasser zum Abendessen braucht, weil ich ein Mensch bin, ich mache mir vielleicht im Laufe einer Tour, von 3 oder 4 Mal mache ich mir ein Heißgetränk, äh, ich, ich, ich habe einfach nicht so sehr das Bedürfnis danach, die 3 oder 4, die ich mir dann mache, in 14 Tagen, die genieße ich dann zwar sehr, aber mehr brauche ich eigentlich fast nicht, werde ich dann wahrscheinlich haben, wenn es ohnehin heißes Wasser gibt, dann machen wir auch ein heißes Getränk mit, aber, Evelyn braucht morgens ihren Kaffee, und das ist nicht verhandelbar, und das heißt, wir müssen den, mit dem Benziner müssten wir relativ oft anschmeißen, so, und jetzt ein großer Nachteil beim Benziner, wenn man den anschmeißen möchte, dann fließt hier ja aus der Leitung hier unten rein, da in dieses, in dieses Tellerchen, ein bisschen Benzin, und das muss man anzünden, dann muss man ihn vorheizen, und dann kann man ihn erst richtig stark, und dann brennt er, und dann hast du aber in Windeseile heißes Wasser, wirklich in Windeseile, mit Windschutz, und allen Pipapo, unter optimalen Bedingungen, dann macht er das in zweieinhalb Minuten, den Liter, auf dem Papier, ich habe es in drei schon geschafft, die man zweieinhalb Minuten schafft, vielleicht mit so einem Hightech-Topf, der unten nochmal so einen Wärmetauschgedöns dran hat, das könnte ich mir vorstellen, und dass das der wesentliche Unterschied ist, wie man auf diese zwei Minuten dreißig kommt, oder die haben einfach wärmeres Wasser genommen, kann auch sein, jedenfalls, das Problem mit dem unten jedes Mal zum Vorheizen, Benzin reinspritzen ist, dass das Benzin, was man unten reinspritzt, vergleichsweise ineffizient genutzt wird, dann bist du ganz schnell, erwischst du mal ein bisschen zu viel, was du unten reingespritzt hast, und bis der Kocher dann richtig läuft, hast du pro Startvorgang, pro Anzündervorgang, einen vergleichsweise sauhohen Brennstoffverbrauch, gemessen an dem, was er dann braucht, wenn er richtig läuft, da braucht er dann nämlich sehr, sehr, sehr wenig, beziehungsweise der Kochvorgang ist dann nach zwei Minuten vorbei, ähm, lass es eben vier Minuten sein, wir haben ja sehr kaltes Wasser in Grönland, lohnt sich also, ein Benzinkocher für eine Grönlandtour mit zwei Personen, wo die Kochvorgänge so kurz sind, aber doch häufige Kochvorgänge stattfinden, da habe ich Bauchweh, funktionieren würde es natürlich, klar, aber ist das wirklich die optimalste Lösung, Bauchweh, 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 dann vielleicht vom Gefühl her lieber ein Trangier, weil den zündest du an, in dem Moment funktioniert er, in dem Moment macht er Hitze, äh, und du verbrauchst nicht zum Vorglühen bei jeder kleinen Entzündung, bei jedem Tässchen Kaffee, ähm, einen Haufen Brennstoff. Benziner, super, wenn du einen großen Hortentopf heiß machen möchtest, da geht gar nichts anderes, außer vielleicht noch ein extrem leistungsstarker Gaskocher, wäre eine Alternative, Benzin geht aber auf jeden Fall nochmal einen Dicken besser. Spiritus also, aufgrund der Mengen an Brennstoff, die wir mitschleppen müssten, äh, Vorsicht, 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 also einen Liter muss man mindestens einplanen, egal wie effektiv, äh, für 14 Tage, für zwei Personen, äh, mit Morgenkaffee ist ein Liter eigentlich zu knapp, da müsste man eineinhalb Liter mitnehmen. Und dann hätte ich noch gerne eine Reserve, weil ich halt eben bei Scheißwetter oder bei richtig großer Kälte einfach dem Wärmevermögen von Spiritus nicht traue und Angst habe, dass wir dann enorme Erhöhungen des Brennstoffverbrauchs hätten und dann müssten wir zwei Liter mitschleppen. So, damit wiegt ein Trangia 2,8 Kilo samt Brennstoff, ne, das Trangia-System. Mit einem Benziner, würde ich sagen, reicht bei nur Abendessen kochen ein Liter für die ganze Tour. Erfahrungswert. Ich bin mal zehn Tage, äh, mit 700 Milliliter wunderbar ausgekommen, mit Abendswasser für, Heißwasser für Abendessen machen, ne, mehr habe ich nicht gekocht. Ähm, das hat problemlos funktioniert und ich hatte und ich hatte dann auch gut übrig, um mir eine Dose Schöttbullar, diese Fleischbärchen, diese schwedischen, auf dem Campingplatz warm zu machen, also Dosen zu kaufen, die besten Schöttbullar meines Lebens, wenn ich die korrekt ausspreche. Jedenfalls, mh, mein Grau-Haupt-Problem, was mir wirklich zu denken gibt, ist das häufige An- und Aus-Machung von dem Kocko-Ronding, jedes Mal damit exponentiell hohen Brennstoffverbrauch und damit will ich den einfach nicht mitnehmen, wenn ich es vermeiden kann. So. Könnt ihr mir, liebe Kocher-Freunde, bis dahin folgen? Ist das für euch nachvollziehbar? Habt ihr das Video bitte auf doppelter Geschwindigkeit geguckt, damit ihr nicht ganz so viel Lebenszeit verschwendet? Wenn nicht, geht mal da unten in die Einstellung, da gibt es irgendwo so, wenn ihr auf dem Smartphone guckt, sind es glaube ich so drei Punkte oder steht oben rechts, bei der YouTube-App. Äh, wenn ihr auf dem Computer guckt, ist da irgendwo so ein Zahnrädchen unten rechts vom Bild und da gibt es irgendwo Wiedergabegeschwindigkeit. Man kann mich mit 125% noch wunderbar verstehen, man kann mich mit 150% auch noch gut verstehen, mit 200% muss man halt entsprechend schneller denken, aber das heißt, erzähle ich ja nichts komplexes, ne. Ähm, deswegen tendiere ich doch sehr zu Gas. So. Und wie erwähnt, das ist mal einer Gaskocher. Ich habe zwar recherchiert und jede Menge theoretisch dazu gelesen, aber ich habe einfach keine Erfahrung mit irgendwelchen neuen, modernen Outdoor-Gaskochern. Habt ihr einen Plan, was ich da nehmen könnte? Aber ich sage euch mal meine bisherigen Recherchergebnisse und meine Tendenz. Am Ende entscheidet es nämlich sowieso ich. Würde es hoffentlich niemand überraschen. So. Ähm, Es gibt im Wesentlichen so aus meiner Sicht Systeme, die so ein bisschen aussehen wie ein Benzinkocher. Die haben auch hier so eine ne, Vorglüheinrichtung, also so eine, so eine Spindel, das da, äh, bei dem quasi das, der Brennstoff, das Gas in dem Fall, hier ist es natürlich Benzin, aber beim Gaskocher wäre es dann Gas, äh, durch die Flamme geleitet wird, bevor es dann quasi die Flamme speist. Soll heißen, was danach kommt, als Benzin, wird im Kocher aufgeheizt, bevor es dann, also dann tritt es quasi gasförmig aus der Düse aus, weil es hier schon super heiß geworden ist. Und damit vergast, sobald das Ding da rauskommt quasi. Äh, und, das tut, Gas vergast ja schon, sobald du den Hahn aufdrehst und das Gas strömt raus und dann ist es entsprechend gasförmig und dann kann man es anzünden. Beziehungsweise dann brennt es. Ähm, Problem, wenn es super kalt ist, ist Flüssiggas, weil in diesen Kartuschen ist ja jeweils Flüssiggas drin, da ist ja kein Gas als Gas drin, sondern als Flüssigkeit. Würde sonst viel zu viel Platz brauchen, schlicht und ergreifend. Steht unter Druck, deswegen ist es flüssig. Ähm, das hat einen Siedepunkt. Und der Siedepunkt liegt bei, äh, okay, das ist sogar ein Butan-Propan gemischt, jedenfalls bei Butan, dem, dem, dem schlechtesten Gas, was man in solchen Kartuschen bekommen kann, äh, liegt der Siedepunkt bei 1 Grad. Ist es also kälter als 1 Grad, verdampft das nicht von alleine. Das heißt, man muss es wärmer machen als 1 Grad, damit das überhaupt entsprechend verdampft. So, äh, Quatsch, ne, Entschuldigung, der Siedepunkt liegt bei minus 1 Grad. Minus 1 Grad. Sorry. Ähm, blöd nur, wenn jetzt hier aus so einer Kartusche das entsprechende Gas ausströmt, dann dehnt sich das ja aus. Wird, äh, Quatsch. Die Flüssigkeit kommt dann natürlich, fließt raus, wird zu Gas und in dem Moment verdient sie Energie, äh, ja, verdient sie Energie. Ein Übergang vom flüssigen zum gasförmigen Zustand äh, bedeutet Energieverlust und das äußert sich dahingehend, dass die Kartusche kälter wird. Irgendwie so, ich hab in Physik nicht aufgepasst, aber so viel weiß ich, dass die Kartusche dann kälter wird. Und zwar wird die Kälte, hab ich nachgelesen, um 4 Grad. Ähm, was bedeutet, dass man ein reines Butangas, ja, Butang war's, in Form einer solchen Gaskartusche ab 3 Grad nicht mehr benutzen kann. Und wenn ich da weiter dran rumschüttel und so weiter und so fort, beginnt mein Gaskocher zu blubbern. Das ist beängstigend, ich stell ihn mal schnell weg, bevor er explodiert. Absolut sicher. Das ist also scheiße, weil wir haben durchaus eine gute Chance, dass wir zwischendrin mal ein paar Minustemperaturen haben. Nicht immer und nicht lange, aber haben wir schon eine gute Chance. Und wenn das schon bei 3 Grad Schluss ist, mit dem, was ich verheizen möchte, ist das blöd. So, jetzt ist aber so, dass in diesen Kartuschen in den seltensten Fällen reines Butan drin ist, sondern bei dem günstigeren ein Butan-Propan-Gemisch. Bei dem ganz tollen ist es ein Butan-Isopropan und Propan-Gemisch. Oder war es Isobutan? Ich weiß es nicht genau. Ich kann euch genau sagen, wie das aussieht und kann es euch aufmalen, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Jedenfalls diese Mischerei der verschiedenen Gase, die unterschiedliche Siedetemperaturen haben, Propan zum Beispiel, siedet schon bei minus 20, glaube ich. Irgendwie so was. Würde schon dazu führen, dass man dann ein Gas hätte, was problemlos auch bei niedrigen Temperaturen verwendbar ist, weil sobald du den Hahn aufdrehst, strömt es raus, ist gasförmig, kann angezündet werden. Blöd ist allerdings wiederum, dass man, wenn man ein reines Propan-Gas mitnehmen wollte, einen krass stabilen Druckbehälter bräuchte, weil wegen des niedrigen Siedepunkts von Propan braucht man viel, viel, viel Druck, um Propan dann auch flüssig zu bekommen. Und das ist dann scheiße, insbesondere wegen, weil man die leere Gaskartusche dann auch durch die Landschaft schleift. Und super schwere Gaskartuschen will keiner haben. Deswegen gibt es eben diese entsprechende Mischung. Es gibt, habe ich mir schlau gemacht, auch ein Wintergas von irgendeinem namhaften Hersteller, der mir gerade nicht einfällt. Das hat eine besonders niedrigen Siedepunkt habende Gasmischung. Ist vergleichsweise teuer, aber das löst jetzt auch nicht alle Probleme. Das ist irgendwie 15 bis 20 Prozent, je nachdem wie man fragt, leistungsfähiger, beziehungsweise hat einen 15 bis 20 Prozent niedrigeren Siedepunkt als die normalen Gasgemische. Also auch das löst nicht alle Probleme. Und damit haben wir dann die Grenze des Gaskochers erreicht. Das ist in jedem Fall die Grenze des Gaskochers. Es gibt einfach Temperaturen, da kann man mit Gas nicht mehr kochen. Unter minus 20 geht es gar nicht mehr, beziehungsweise nur noch unter vorheizender Kartusche kommen wir gleich noch zu. Weil selbst reines Propan eben einen Siedepunkt von minus 20 hat, ist es kälter als minus 20, dann siedet das gar nicht mehr und dann bleibt es flüssig und dann hast du ein Problem. So. Benzin geht immer. 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 Auf jeder Höhe, bei jeder Temperatur. Jetzt machen wir aber keine Winterexpedition. An sich ist das eine coole Eigenschaft von Benzinkochern und die finde ich absolut toll und mag meinen Benzin-Kochern auch echt gerne. Ist aber völlig irrelevant für eine Sommertour. Selbst in Grönland. Da müssen wir schon in die Antarktis. Dass man wirklich sagen kann, im Sommer bringt es gar schon nicht mehr. Jetzt habe ich mich weiter schlau gemacht. Wie lösen wir jetzt das Problem mit unseren Gaskartuschen? Weil Wintergasspezial, keine Ahnung, ob ist das in Kankalusuak, also dem Flughafen, wo wir hier stets, Na, stell scharf oder muss ich nachhelfen? Nein, machst du brav. Ja, da wo wir landen und uns Gaskartuschen besorgen müssten, falls wir da mit Gaskartuschen und Gaskocher unterwegs sein wollten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da extra dieses Wintergas haben. Vielleicht schon, aber davon ausgehen darf man auf keinen Fall. Und das heißt, wir müssten halt mit dem ein Gas leben, was wir da finden können. Das könnte schlimmstenfalls ein Butangas sein. Ich habe recherchiert, es gibt schon Gaskartuschen mit Schraubgewinde und all die Hightech-Gaskocher haben ja ein Schraubgewinde. Das kriegt man da. Aber was das jetzt für Kartuschen sind, habe ich leider nicht herausfinden können, beziehungsweise was von Isopropan, Butan, Propan-Gemisch, die entsprechend da drin haben. So, wir haben weiter schlau gemacht. Man kann ein Fußbad für die Gaskartusche machen, dass man also die Gaskartusche schlicht und ergreifend in eine Schüssel stellt und in die Schüssel schlicht und ergreifend Flusswasser füllt. Weil, was hat Flusswasser? Vier Grad. Was brauchen wir? Vier Grad. Über drei Grad? Kein Problem. Und damit, dass es einfach das Flusswasser, man müsste auch genügend Flusswasser nehmen und es gegebenenfalls zwischendurch austauschen, weil es ja dann auch wieder kalt wird, durch eben den Gefrierungsprozess des Einfrieren des Kochers, wenn man ihn in Betrieb nimmt, wird ja die Gaskartusche kälter. Und das halt eben zu kompensieren, aber bis das dann so kalt geworden ist, dass es gefriert und unser Kocher damit dann auch nicht mehr den Geist aufgibt, bis dahin kocht das Wasser längst. Also das sind Prozesse, die passieren nicht sofort, das dauert eine Weile. Das heißt, mit Fußbad wäre es eigentlich kein Problem, da wir nicht viele Grad unter Null kriegen werden, vermutlich. Und selbst wenn, dann hätten wir immer noch die Möglichkeit, wirklich das Ganze in viel Wasser zu stellen, notfalls am Plus, wenn wir einen finden können, oder halt eine größere Pfütze oder im Moor entsprechend zu kochen, weil die Temperatur vom Wasser nun mal so lange es nicht gefriert und nicht unter 4 Grad fällt, normalerweise. Jedenfalls zumindest an der Erdoberfläche ist das so. Man kann sich also irgendwie helfen. Das geht schon. Das ist alles um uns herum gefriert. Im Winter selbstverständlich, aber unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Also allen Klimaanomalien zum Trotz. Ich finde das zwar nicht gut, das würde aber gehen. So, das bedeutet, so ein Gaskocher im Stil von so einem Ding mit so einem entsprechenden Teil hinten dran mit so einer, ich nenne es jetzt mal Vergaser, heißt das so? Ich glaube schon. Das müsste man nicht unbedingt haben. Übrigens, diese Konstruktion hat noch den Vorteil, dass man die Gaskartusse am Ende von diesem Ding hier anschließt und sie auf den Kopf stellen kann. Deswegen funktioniert das ja auch bei niedrigen Temperaturen, weil dann das Gas in flüssiger Form so lange fliegt, bis es zum Vergaser kommt. Also fliegt, fließt natürlich, bis es zum Vergaser kommt und der ist ja heiß und dann wird es vergast, auch wenn es niedrige Temperaturen draußen hat und damit kann man dann mit so einem Teil theoretisch, ich glaube auch unter minus 20 Grad kochen. Geht das dann noch? Das funktioniert wohl nicht so gut wie mit Benzin, aber es geht dann glaube ich sogar immer noch. Ja, also bitte nehmt meine Aussage, es geht ab minus 20 Grad gar nicht mehr, nehme ich zurück, nehme ich zurück, schreibt mir keinen gut entbrannten Kommentar bitte, ich nehme es ja schon zurück, das soll ja alles ganz spontan sein, da darf ich auch mal einen Fehler machen, insbesondere wenn ich ihn später selber entdecke. So, das braucht man nicht zwingend, so ein System, da können wir gleich genau so gut einen Benziner nehmen. Bevor ich mir sowas kaufe, was wie ein Benziner fast schon aussieht und wie ein Benziner fast schon funktioniert, nehme ich einen Benziner. Das ist Quatsch. So, aber das gäbe es und das würde funktionieren, aber das brauche ich nicht. So, jetzt. Deswegen habe ich mir jetzt zwei Sachen überlegt, die mich reizen würden von der Gaskocherwelt. Einmal sind das so Dinge wie ein Jetflame, sagt euch das was? So Systemköcherchen, die aus einem, die Oberfläche vergrößernden Heizteil unter dem Topf bestehen, das fast an den Topf angebracht ist oder wo man den Topf direkt draufschreiben kann. Unter diesem Heizteil, sieht so ein bisschen aus dem Heizkörper, kann man dann direkt den Brenner schalten und der hat dann vielleicht noch so Füßchen, mit dem man das Ganze schön da hinstellen kann und um den Topf drum rum gibt es noch eine Neoprenhülle und das Ganze hat auch noch einen super Windschutz und das ist ein in sich geschlossenes System, sieht aus wie ein kleiner Schornstein und das kriegt unglaublich effiziente Wasserkochzeiten hin. Haken, man kann mit so einem System nur Wasser kochen. Da kannst du wirklich nur Wasser, bestenfalls noch Eier in den Wassern, im Wasser drin heiß machen und vielleicht noch Asianudeln, dass du die direkt ins Wasser schmeißt. Das geht natürlich auch. Aber mehr als wirklich Wasser kochen kannst du mit dem Teil echt nicht. Das würde unseren Zwecken vollkommen genügen, weil wir nicht vorhaben, was anderes als Wasserkochen zu tun, aber mir extra einen Kocher kaufen, mit dem ich nur Wasser kochen kann, ich habe einen Wasserkocher. Der hat einen Stecker und steht in der Küche. Das widerstrebt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen, auch wenn der hocheffizient wäre. Und die große Angst, die ich mit dem Ding habe, dadurch, dass das alles so sehr ineinandergefügt ist und so sehr zusammenpasst, bin ich mir nicht sicher, ist man da wirklich flexibel bei der Auswahl der Gaskartuschen, die man da dran schrauben kann. Wisst ihr das? Da wären wir jetzt wieder bei einer Frage. Kennt sich jemand mit diesen Jetboil-Teilen oder wie die alle heißen, entsprechend wirklich richtig gut aus und kann mir da mal sagen, wo ist da der Haken? Kriegt man da auch alles dran geschraubt? Was würdet ihr mit so einem Jetboil-Ding tun, wenn wir jetzt Temperaturen unter drei Grad kriegen beziehungsweise wir merken unser Gas nicht mehr? Kann man den auch irgendwie ins Wasser stellen? fußbartechnisch gäbe ist da irgendwas, was da dagegen spräche? Irgendwie bin ich ein bisschen skeptisch dieses System. Scheint mir dafür gemacht zu sein, dass es unter den Bedingungen, für die es ausgelegt hat, funktioniert und unter anderen Bedingungen halt eben nicht. Also dass die Flexibilität einfach gering ist. Bitte beruhigt mich und sagt mir, dass das toll ist, dann denke ich da ernsthaft drüber nach, ob wir sowas nicht vielleicht sogar mitnehmen wollen, wenn da jede erdenkliche Schraubgaskartusche draufpasst. Ja, das wäre schon wirklich was, wo man drüber nachdenken könnte. Ich habe hier mal schlau gemacht, die wiegen wohl sowas um die 450 Gramm, 500 Gramm vielleicht, je nach Variante. Vielleicht gibt es die auch nochmal ein bisschen leichter. Da ist ja ein Topf auch schon gleich dabei und so ein kleiner Topf würde uns eigentlich genügen. Schon vielversprechend. Das wäre dann jetzt bisher der leichteste Kocher in den diversen Setups, die ich mir jetzt hier überlegt habe. Und dann, ich kann das ja alles nicht zeigen, ich habe ja sowas nicht, gibt es noch so winzig kleine Köcherchen, die man quasi direkt auf die Gaskartosche schraubt. So wirklich ganz kleine Teile, wo man im Prinzip nur einen sehr kleinen Topf bis maximal einen Liter Volumen draufgestellt kriegt, weil die einfach so ganz klein und filigran sind und die wiegen etwa 50 Gramm. Also abartig, wie leicht das ist für einen Kocher. Völlig abartig. Oder von mir aus wiegen sie auch 80 Gramm, je nach Modell. Ich habe jetzt mal ein paar Modelle zusammengegoogelt, habe sie jetzt alle wieder vergessen, weil ihr sollt mir sagen, was ich kaufen soll. Dementsprechend, keine Ahnung. Entschuldigung. Die Überlegung ist jetzt halt einfach, wenn man so einen super leichten Kocher hat und dazu jetzt noch irgendeinen Titantopf, den ich ja schon habe, nimmt, wobei, ich würde aus Nostalgiegründen echt den Kessel nehmen. Außerdem passt da mehr Wasser rein. Dann kann man gleich zwei Kaffees zum Frühstück machen. Also nicht, dass ich zwei brauche, aber wer weiß. Da kommt man selbst mit dem Kessel und da haben wir gesagt, der wiegt 200 Gramm, dann ist man bei 250 Gramm fürs Kochgeschirr. Ja, hallo? Das ist nix. Man müsste eigentlich noch einen Windschutz mitnehmen. Und der wiegt, sagen wir einfach mal 100 Gramm. Ja gut, dann ist man bei 350 Gramm. Dann sind wir ungefähr so, sind wir immer noch 100 Gramm leichter als bei diesem Jetboil-Gedöns und so weiter. Jetzt ist die Frage allerdings, ist dieses kleine Mini-Köcherching denn zumindest ähnlich effizient wie so ein Jetboil? Ich glaube, kaum was ist wirklich effizienter als ein Jetboil. Die sind ja wirklich von den Kochzeiten her jenseits von gut und böse. Und es ist nicht so, das ist nochmal wichtig für das Verständnis. Wer das jetzt schaut und nicht genau weiß, warum labert der da und was von Kochzeiten von drei Minuten hat der es denn eilig in Grönland? Nein, habe ich nicht. Wegen mir könnten die Kochzeiten auch 30 Minuten eine Stunde sein. Scheiß egal. Es geht um den Brennstoffverbrauch. Wie lange der Brenner läuft, wenn er läuft, verbraucht er Brennstoff. Darum geht es. Brennstoff knapp. Muss man alles mittragen. 100% muss man mittragen. Es gibt übrigens so gut wie keine Bäume auf Grönland. Es gibt an Südsipfel so ein bisschen was, was man zwar als Baum bezeichnen kann, was aber auch nur ein paar Meter hoch ist. Aber es ist zumindest mal höher als ein Mensch. Brennholz hinten in Grönland, das ist zwar in einer Notsituation möglich, aber es ist völlig verantwortungslos, da mal irgendwie irgendwelche Zwergweiten und ähnliches zu verheizen. Das sind teilweise uralte Pflanzen und jetzt bringen wir hin und verheizen die, weil wir zu faul sind um Brennstoff mitzutragen. Das kommt hinten und vorne nicht in die Tüte. Also Feuer machen, vergesst es. Geht nicht. Alles was gefeuert wird, ist mitzutragen. Ich könnte auch einen großen Stolz Holz mitnehmen. Ja, genau. So, ja. Aber wie effizient sind diese Minikocher? Wisst ihr da was? Könnt ihr mir dazu was sagen? Mache ich jetzt hier einen schweren Denkfehler, wenn ich sage, okay, das ist das leichteste Setup, dann nehme ich doch das. Das ist doch praktisch, weil wenn ich für das leichte Setup deutlich mehr Gas einplanen muss? Hmm. Nächste Frage. Wie viel Gas muss ich denn einplanen? Habt ihr zu dem Kocher, den ihr mir eventuell vorschlagen wollt, das wäre schön, irgendeine Vorstellung, wie man bei Temperaturen, sagen wir mal, durchschnittlich 6 Grad, das ist gar nicht so unrealistisch, wie man bei durchschnittlich 6 Grad, was für einen Gasverbrauch man denn da hat? wenn man sagen wir mal 1 Liter heißes Wasser pro Tag machen möchte. Na, lass es 1,2 Liter pro Tag sein. Und wir sind 14 Tage unterwegs. Mag mir, wenn jemand Lust hat, das tatsächlich mal auszurechnen, was ich mal an einen Gaskartuschen da entsprechend mitschleppen müsste, falls ihr die Vergleichsmöglichkeit noch habt, das wäre einfach ideal, da wäre mir enorm geholfen, mir zu sagen, wo ist da der Unterschied zwischen so einem Systemkocher, so einem Jetboil oder ähnliches, zu so einem Mini-Mini-Mini-Mini-Gaskocher ching, der nix wiegt. Und dann müsste es doch theoretisch möglich sein, rauszufinden, was ist denn da jetzt die effizienteste Lösung. Zumal so ein Jetboil, wenn man den aus günstigen Quellen bezieht, dann kostet der nicht die Welt und so ein Mini-Mini-Mini-Mini-Kocher kostet auch nicht die Welt. Also ich könnte beides durchaus bezahlen. Also wirklich recht erschwinglich, die Dinger. Mir geht es wirklich ums Gewicht. Also wenn eins der beiden Systeme auch nur 100 Gramm spart, dann nehme ich das, was 100 Gramm spart. Ich habe da sonst keine Vorliebe. Und damit hat man, glaube ich, wirklich auf den Punkt gebracht, worum es mir geht. Und wenn ihr mir dann jetzt noch sagen könnt, was wiegt denn eigentlich eine leere Gaskartusche? Ich habe wirklich versucht, das rauszufinden, aber ich finde, ums Verrecken, vielleicht bin ich jetzt neuerdings zu blöd zum Googlen, ich weiß es nicht. Aber ich finde einfach keine glaubwürdige Quelle, die mir sagen kann, was eine leere Gaskartusche wiegt. Das war nämlich auch immer so ein Problem, was mich bei Gas stört, ist die Flasche leer, schleppst du bis zum Ende der Tudi-Gaskartusche durch die Gegend, weil du eine Gaskartusche zumindest nicht nachhaltig verantwortungsbewusst irgendwo in der Pampa entsorgen kannst. Kannst du schon machen, aber dann bist du halt ein Arschloch. Und da kommt nicht hin, also bin ich schon manchmal, aber nicht ein solches, ein anderes. Das kommt nicht in Frage, dass man so ein Ding dann in die Landschaft steht. Das trägt man dann wirklich bis zur ordnungsgemäßen Entsorgungseinrichtung in vermutlich Sissimuit, 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 genau, wird das dann entsprechend geschleppt. Aber so viel ist sicher. Meinungen, Ideen, Anmerkungen, ich bin sehr gespannt. Mehr habe ich jetzt glaube ich nicht mehr zu sagen, außer, dass wir uns hier auf Grönland freuen. Habe ich erzählt, dass diese ganze Gewichtsersparnis, Gedöns und so weiter und so fort, Sache deswegen notwendig ist, weil ich zweieinhalb Kilo, vielleicht sind es auch eher drei, sind eher drei, ein Kameraequipment mit Schleppe. Das ist der springende Punkt. Und deswegen möchten wir gerne, zumal Evelyn beim Tragen hilft, wirklich, wo es irgendwie möglich ist, Gewicht sparen, was geht. Und übrigens finden wir noch weiterhin, weiß nicht, ob ich das gesagt habe am Anfang, aber ich sage es jetzt im Zweifelsfall nochmal, weil es ist wichtig, wir wollen Gewicht spielen, wo es geht, nicht da, wo es nicht geht. Und aus unserer Überzeugung geht es zum Beispiel nicht ab bis zu einem gewissen Grad beim Zelt, das soll nämlich durchaus grönländische Winde überstehen können und da traue ich mir einfach nicht mit irgendwelchen super, super, super leichten Konstruktionen dran, sondern da will ich schon ein gewissermaßen erprobtes Sturm erprobtes Zelt entsprechend haben. Hammer. Auch nicht beim Schlafsack will ich keinen ultra leichten, der so gerade eben von der Temperatur her reichen könnte, sondern ich will einen, wo ich mir sicher sein kann, dass das eben entsprechend leicht reicht, auch wenn ich jetzt sage, ich nehme Daune und Kilo ist für einen Minus 7 Komfort Limit Schlafsack durchaus sehr leicht. Also das steht völlig außer Frage. Aber was noch leichter ist, müsste es auch nicht sein. Also dadurch, dass es dann weniger warm wäre oder so. Außerdem werde ich entsprechend schwere Stiefel, meine üblichen schweren Stiefel einziehen, weil ich laufe mit denen nun mal gut. So und da fühle ich mich sicherer. Ich werde Treckenstücke mitnehmen und die müssen auch nicht ultra leicht sein, das ist mir auch egal und ich werde auch einen schweren Rucksack mit einem hohen Gesamtgewicht, Leergewicht mitnehmen, weil da ja eine entsprechend große Zuladung dazukommt. Zwangsweise, allein schon wegen dem Kameraequipment und dem entsprechend vielen Vorräten, weil wir ja 14 Tage autark unterwegs sind. Da braucht man ein bisschen fressen. So, deswegen, das sind so Dinge, an denen werden wir nicht sparen und die wiegen halt, was sie wiegen. Und was wir dann außerdem noch mitschleppen müssen, das habe ich noch gar nicht zum Kameraequipment gerechnet, ist die Stromversorgung für unterwegs. Also entweder einen Haufen Powerbänke oder halt eben ein Solarpanel und dann etwas weniger Powerbänke. Da sind wir auch noch am Überlegen. Falls jetzt jemand noch irgendwelche großartige Erfahrungen mit irgendwelchen speziellen Solaranstalten Ladegedönse für unterwegs gemacht hat und mir da noch was zu erzählen möchte, dann bin ich auch sehr glücklich. Ich verteile theoretisch, wenn man damit was anfangen könnte, auch gerne digitale Kekse. Aber, ja, weil ich habe es gelernt, wie man Keks-Emojis macht. Wenn man Kommentare mit dem Handy kommentiert und dann kann man auch Keks-Emojis machen. Wer also ein Keks-Emoji haben möchte, bitte gerne. Ansonsten muss ich jetzt wirklich mal Schluss machen, weil das führt sonst ins Bodenlose und zu nichts weiter. Also, macht es gut. Ich hoffe wirklich, ihr habt es auf 200% Geschwindigkeit gestellt. Muss ich euch noch vorne hinschreiben. Memo an dich, Ben. Schreib es vorne hin. So, aber jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus, wenn mir da weiterhelfen kann und an anderen auch, selbstverständlich. Macht's gut.